Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich ein sehr besonderes Video mit dabei, denn heute ist dabei meine Schwester mit ihrem Hamster. Hamstergeschichte. Ich bin so einfach nach Hause gekommen und habe mir so gedacht, okay, ja, heute ist ein ganz normaler Tag. Und dann, ja, da gehe ich einfach ins Auto und sehe, dass es ein Hamster dort ist. Und ich denke mir so, welches ist das? Und dann frage ich meine Mutter, um wem gehört der Hamster? Und dann sagt meine Mama, eins Mirabella und eins dir. Ich denke mir so, was? Sind da zwei drin? Meine Mutter hat gesagt, ja, da sind zwei drin. Das von Mirabella sieht so aus. Sehr süß. Und die vergräbt sich sehr lange. Mirabella, haltest du schnell mal. Also die Kamera. Ich muss die kurz einsperren. Wir haben auch noch einen größeren Käfig. Da seht ihr den? Das ist der größere Käfig. Und jetzt da, da ist Kelly drin. Hallo Kelly. Kelly, da dachte ich mir so, diesen Namen, ja, dass Kelly ein süßer Name ist. Ja, da dachte ich mir so, ich könnte den für meinen Hamster geben. Ja, dann habe ich den Namen für meinen Hamster gegeben. Und jetzt ist alles gut. Die krabbelt immer irgendwo hin. Das ist ihr Haus. Habe ich jetzt für sie gemacht. Damit sie auch so ein bisschen Haus hat. Hier ist das Bett. Hier. Hier ist das Bett. So. Und da vorne kann sie essen. Aber man sieht es noch nicht so gut. Aber ich zeige es auch von vorne. Hier im Kockpit ist das Essen. Da hier ganz unten. Und ja. Ich habe mir einfach so gedacht, ja, wie süß. Ja. Hallo. 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 Ja. Sie will schon weggehen. Sie will einfach rennen. Aber, nee, du darfst noch nicht rennen. Okay? Okay. Warte dir aus. Sie hat die Funke raus. Hm? Vielleicht, ähm, liebt die, ähm, ganz viel laufen. Ja. Dann lass sie mal. Warte mal. Ähm. Ja. Ähm, lass mal sie auf meinem Bett laufen. Ist ein bisschen viel Chaos im Zimmer, aber. Ach. Egal. So. Genau. Hihi. Ich fühle mich. Ja, ich lieb. Wie soll das? Aber nicht kacken auf das. Ja. Oh, jetzt muss ich sie schon runterholen. Weil sie kann, ähm, ganz schnell da runterfallen. Hallo. Hihi. Hallo. Also. Nicht, dass sie runterfällt. Sie muss sich sehr schnell fangen. Sie können sehr schnell laufen. Und dieses Mal sag ich nichts falsch. Es ist ein Sie. Also es ist ein Mädchen. Sehr süß. Einmal hat er auf dein Bett gekackt. Nein. Ach so, nein. Nein. Hey, nee. Das war, das war ganz anders. Ach so, ja. Ich fand nicht an zu lügen. Das war dein Bett. Das war dein Bett. Ja. Ja, auf dein auch. Nein. Auf mein nicht. Doch, hier. Hey, nein. Ist egal. Auf deins hat da. Nein. Das war deins und meins. Die hatte Schiss. Ist egal. Meins hat auch auf dein Bett geschissen. Hihi. Aber meins hat noch nie auf mein Bett geschissen. Also, mir wurde noch nie auf dein Bett gekackt. Ja. 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 Ähm, mit dir spiele ich halt sehr viel. Die sehe ich viel. Ja, morgen spielst du auch so viel mit dir. Geh, von? Ja. Ich kann einfach Call of Duty und alles vergessen. Ist mir scheißegal. Ja, ähm, scheißegal, das kann ich vergessen. Ich spiele lieber mit Hamster. Ja. Also, ja. Sehr süß. Ähm, in diesem Auto kann ich sie auch noch, ähm, gut transportieren und alles. Ohne dass, ähm, einfach hinfällt sie irgendwo hin. Die kommt jetzt wieder nach oben und will dann Freusprung machen oder so, was weiß ich. Ja, was willst du? Ja, was willst du? Willst du wieder da hinkrabbeln und dann wieder in mein Tische trennen oder was? Nein, wo steht. Du darfst es nicht. Du darfst es nicht. Weißt du, wie kitzlig das war? Weißt du? Weißt du, wie kitzlig das war? Sehr kitzlig war das. Ja. Ja. Wieder sehr kitzlig. Ja. 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 Ich bin Kelly. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr lasst einen Like da. Lasst bitte einen Like da und abonniert. Ja. Ja. Ja, das hast du schon sehr gut gesagt. Ja, das hast du gut gesagt. Ja. Damit das nächste Video kommt, bitte lass den Like da und lass den netten Kommentar und abonniert. Ja, ja. Jetzt muss ich das nicht sagen. Danke, Kenny. Ich wollte es aber sagen, okay? Bitte. Ja, danke. Kenny. Aber leist bitte den Leiter, sonst kann ich es euch nicht. Ja, wirklich. Okay. Jo. Und was machst du jetzt? Können wir es wieder tun? Jo. Ja, was machst du wieder? Ist wieder Freisprung oder was? Nein. Ich wusste, dass du Freisprung abfängst. Einmal mit dem Salto. Ja, was machst du? Ist wieder dein? Nein, du darfst es nicht. Du darfst es nicht mehr. Nein. Du darfst es nicht. Hast du mich kapiert? Ja, das ist ganz süß. Bisschen. Ja. Bisschen? Nein, ganz. Das war ja nur ein Scherz. Grüßu. Grüßu. Kelly, jetzt hör auf. Grüßu. Kelly. Grüßu. Kelly. Kelly, du süßer Müsse. Grüßu. 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 Kelly. Du hast aber ganz mini Schwanz. Ich mache morgen auch ein Video dazu, für Mirabellas Hamster. Morgen. Eine ganze Folge. Sehr schön. Junge, 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 die kratzt, die kratzt. Nicht da rein gehen, okay? Ich mag dich. Ja, ich mag dich. Ja, du bist süß. Du bist süß, aber nicht nur das Spiel. Ja, nein. Oh, nein. Kommst du wieder? Warte, warte, warte. Hier ist es. Warte, ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Du bist so klein und kann dich kompagnen. Komm, du hier. Naja. Dann würde ich sagen, das hole ich meinen Hamster. Ja, kannst machen. Dann halt mal die Video. Warte, warte, warte. Film mal kurz. Ey, film mal ganz schnell noch. Komm, ganz schnell. Bitte. Ja, nein, noch nicht. Bitte. Ich will den Zuschauern nur was kurz zeigen. Oh, dann zeig mir mal ein Kurzding. Also, seht ihr den? Was denkt ihr? Passt ihr rein? Natürlich passt er rein. Guck mal. Ja, geht er rein? Hallo. Ich weiß, die haben. Hallo. Hallo. Siehst du da? Wie kommt die hier? Hier? Hier. Hier. Hallo. Ein großer Würstchen. Ja. Willst du wieder? Ja. Ich bin das. Nein. Nicht rein. Komm, komm. Letztes. letztes mal noch rein ja ja nochmal na bitte komm komm noch ein letztes mal wirklich also hallo auf Wiedersehen auf Wiedersehen Tschüss 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 ja jetzt ist weg komm wieder tschüss 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 ok jetzt kommen wir zum Mirabellas Wimster das wird eh schon sehr sehr wartet ich muss schnell meinen Hamster schnell reintun und dann sehen wir uns wieder es ist kurz schwarz aber jetzt holt meine Schwester Camilla so so ja 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 ich weiß du hast fast ich war also das ist Camilla die kommt jetzt da gleich raus kommt sie kommt sie Moin grüßi 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 ich ich glaub des es nervt sie ich glaub des borders ja nirft es ja 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 tschüss ja 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 tschüss die möchte raus ja komm doch Die will einfach nicht raus. Die will einfach schlafen. Ja, was ist? Willst du da raus oder was? Ja, dann komm halt drauf. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Okay, ich stehe jetzt auf.